Die Nummer 10 lässt noch auf sich warten. Oh, jetzt hat er es doch noch angenommen. Mal gucken. Ob er wenigstens schnell lädt? Oh ja, okay. Guck mal, vielleicht Anti-Mage. Der Blocked Invoker. Oh, shit. Ähm. Hm. Hm, hm. Was spiel ich denn? Wenn der Chaos Knight spiel? Nee. Ich spiel. 4,000 damage after using Hurry Pain. Park on them. Gy- What the hell? Warum nimmt der Gyro? Oh, god. Junge, Junge. Junge, Junge. Hm. Vi- Viper mit? Okay. Okay. Hm. Gut. Your turn to pick. The Magic. Hurricane Pike. Hm. Ah, stimmt hier. Das ist jetzt sicher. Zusammen. Wohl. Wow, das passt hier gar nicht. Bang. Bleib ich doch bei dem Ring. Hm. Oh, er hat doch Shadow Feind genommen. Okay. Die sind... No, fuck. Juggernaut. Wirklich. Biss. Oh. Oh, gritty. I'm so terribly excited. Let's go. Der hat ja noch gar nichts gekauft. Let's go. What do you see? Ah. Oh mein Gott. Er bewegt sich. Er lebt. Volchpoko is am Leben. Oder auch nicht. Fuck. Was ist das in Chantrystall? Come on Piece of shit Du hast nicht gehuckt Das gibt ne Menge Damage Okay Sollen sie die Wave pullen Oh shit Sama Was ist der Arsch? Der wird mir nicht ne große Hilfe sein So Oh fuck off ey Im Ernst jetzt Das ist doch der letzte Horst Was soll denn der Scheiß jetzt? Das ist doch On the hunt Yes Farah the night Ich What the fuck Ist das Der hat mich ja scheiß supporten Der ist jetzt auch tot Ich hab vier verschissene Last Hits Das Oh Oh Yes Was ist das hier? Ah, fuck, wir haben nicht mal den Bonen momentan. Das Problem ist, es besteht das Risiko, wenn ich jetzt da hingehe, dass ich am Arsch bin. He was dead. Good plan. Let's go. Was ist das? Chino Disrupted, damit kann ich... Dang it. Was ist das? Das ist dein Ernst hier. Pass an, kann ich Juggernaut? Ja. 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 als dass er noch nicht einen Omni-Slash versucht hat. Oh, fuck. Ich bin jetzt angefixt, weil Tusk ist hier und ich kann nichts machen. Mit ist mehr oder weniger Free-Fahr? Nee, Tusk ist nicht mehr da. Okay. Dang it. Oh Gott, ich dachte, Chuck wird fehlen. Ah, fuck off, ey. Im Ernst jetzt? Fuck. Komm schon, du hast dein Ulti. Na, also, es funktioniert doch. Dang it. Ich hab das vorher bemerkt. Fuck. Fuck, ist das jetzt euer Ernst? Dang it. Das sollte meiner sein. Okay. Fuck. Fuck. Fuck off. Fuck off. Fuck off. If you don't want to fight, don't come. Fuck off. 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 Das war's für heute. Ja, das ist ja so. Stärkung, da. Hm. Genau. Ziehen außen. Oh Gott. Leck. Wenn ich jetzt nach oben gehe, macht mich da Enchantress fertig. Wacht? Shwashy. The night seas all. I'm not ready. Absolute love. Hmm. Is that it? What do you see? Was war das denn für eine Ulti? Ist das jetzt dein Ernst? Was ist das hier? Ah. Ja. Meine Fresse, ey. Manchmal sind die Leute echt... Ach, tatsächlich. Mindestens vier unten. Einzig und allein Task hätte wahrscheinlich die Möglichkeit... Die Fresse, ey. What's the problem? I was pushing top and killed the fucking tower. Thanks for the wards, the help, something. Oh, oh man, im Ernst. Hat er sich selbst gefangen. Oh, oh man. Top tower under seat. No, I'm missing you. Top tower has fallen. Ich bin ein Fehler. Richtig, jetzt! Stalking! Was ziehst du? Manche Leute Manche Leute sind echt Heftig merkwürdig Ah shit man Fuck off Mega kill Seriously Oh my god Das ist so traurig, ey. Dass ich einfach nichts machen kann. Das hofft jetzt. What the fuck? Warum rennt der? Warum rennt der? Das ist doch der letzte Dreck. Das ist doch der letzte Dreck. Das ist doch der letzte Dreck. Illusion! Wo ist meine Pension? Los geht's. Absolut. Farer als night. Was meine Pension? Was meine Pension? Was ist das denn? Was muss das denn? Fuck, 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 fuck Oh, er ist schon Level 19, wunderbar Er ist schon Level 19, nice Battle Fury und Manta Style, geile Scheiße Blöden Task früher stunnen sollen Blöden Task früher Blöden Task früher We ride Yes Absolutely Stalking What the hell? Quickly now Blessings upon a loyal warrior What do you see? Peace! Good plan On the throne Come schon Sky Bye Ah Okay Okay Das ist echt erschreckend wenn Enchantress so schnell schießt Was geht für ein Zepter Was geht für ein Zepter Was geht für ein Zepter The night sees all Let's go Okay Enchantress jagt jemanden So wie es aussieht zumindest Was geht für ein Zepter Disruptor Mars Enchantress Yes They will fear me On the throne 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 Come schon Oh, ist das jetzt euer Ernst? Junge. Warum auch immer ich nicht da mit dem Dings reinkloppen konnte. Aber hey. Ich bin gut, aber ich bin gut. Shit. Okay What the fuck is that I Got more damage done on two towers than you and one The hell Do you know what the hell is going on? Oh, I had luck gehabt. Ja, schön in die andere Richtung rennen. Das ist so unglaublich. Wieso? Wieso habe ich den komplett verfehlt? Oh, ich hätte... na gut, Spin, Spin-Tipi. Aber warum habe ich den verfehlt? Kann doch nicht sein, dass ich den einfach verfehle. Oh, was ist jetzt dein Problem? Oh, im Ernst? Wow. Was haben wir? Shadow Blade, mehr hat er nicht. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Ich mache nicht auf den Grund. Vielen Dank.